Oh, jetzt kommt hier noch so ein Magier dazu? Nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. So. Kannst du jetzt einfach sterben? Danke. Ach, du schon wieder! Nimm das mal. Und nimm das mal. Und das mal. Und das kannst du auch gleich nochmal hinterher nehmen. Und den da. So, jetzt schmeiß ich dir die Flügel ab. Pass auf! Zack! Ja, da guckst du, ne? Jetzt ist es noch ein zweiter davon. Jetzt ist aber gut hier langsam, ne? Erlösen. Erlösen. So. Kriegen wir nämlich Magie wieder? Mhm. So. Haben wir es jetzt? Sieht so aus. Oh, wir können speichern. Woran merkt man, dass wir unter dem Ende nähern? Richtig. Wir können alle Nasen lang speichern. Halt speichern. In der Hölle gibt es den Ort Mallebeuge. Oder das? Kommt heraus und kämpft! Nein, warum habe ich jetzt nicht gespeichert? Meine Liebste, ich bin gekommen, wie ich versprach. Ich will nicht, dass du leidest. Doch du lässt mir nun mal keine Wahl. Ich bin nicht, was du denkst. Ein Nebenbohler darf nicht sein. Luzifer verbietet es. Du musst dem Teufel nicht gehorchen. Komm zu mir zurück. Hüte dich vor den zehn Kreisen der Falschheit und des Verrats. Die, die das Band von Liebe und Vertrauen brachen, werden an diesem Ort auf immer da ihre Strafe finden. Malakoda! Kann ich noch speichern, bitte? Nein, ich kann ihn mehr speichern. Warum habe ich nicht abgespeichert? Weil du doof bist, Misato. Oh. So schlau kann auch noch ich sein. Erlösen. Runter. Rauf. So. Jetzt gehen wir mal schnell speichern. So. Ich habe schon gedacht, ich schaffe das nicht. Puh. Weißt du, die verwettet ihre Seele da drauf, dass er ihr nicht fremd geht, ne? Und dann heult rum, weil sie die Seele verloren hat. Ich meine, wie kann man so doof sein? Seine Seele verwettet. Einfache Dörne. Ich bin eine Hethere. Süße Worte sind der Weg. Tai ist die Hethere. Die einst betörende Schönheit ist heute gebrochen. Sie genoss es sich, Männern gegenseitig töten, um ihr beizuliehen. Alles klar. Füße mit deinen Füßen. Füße mit deinen Füßen. Nee, die verspricht mir niemanden. Ich meine, hallo, nichts gegen Männer, aber ist doch so. Die meisten Männer, die brauchen nur Möpse sehen und schon ist vorbei mit Treue. Und dann die Seele da drauf zu verwetten. Also wirklich. Das ist schon nicht so schlau. Wie ein Spinn. Ähm. Okay, viele Männer. Okay. Machen wir. Oh Gott. Das kann ja nur übel enden. Unbegrenzte Magie. Besiege alle Gegner. Mit unbegrenzten Mönern. Ach, da ist ja wenigstens was. Bonus. In weniger als 75 Sekunden, Meister. Alter. Was geht ab? Das soll ich jetzt... Okay. Na ne, ist klar. Innerhalb von 75 Sekunden. Ja, natürlich. Das machen wir locker. Zack. Hier. Wir machen hier mal jetzt eine Party. Blitzen hier mal so ein bisschen rum. Und machen hier mal so ein bisschen. Zack. So, hier wollen wir mal ein bisschen... Und davon noch ein bisschen. Und davon noch ein bisschen. Und davon nehmen wir auch noch ein bisschen. Oh mein Gott. Hab ich's geschafft? Komm ich jetzt ins Fernsehen? Ach, da oben die... Ach, komm schon. Ach, jetzt kommen die Babys noch. Ach, verschwende doch die Zeit. Nicht an irgendwelche Schilde. Herausforderungen geschafft. Das bringt den Kreis auf, im Schwung. So. Und das seine Meinung ist? Ich habe ein Geheimnis. Ich werde ein Geheimnis. Muss ich da nicht rüber? Ich komm da nicht rüber. Aber... Aber das sieht doch so aus, als ob ich... Ach so. Ich kann da nicht rüber hüpfen. Okay. Aber hier kann ich so... Ah, okay. Alles klar. So, jetzt... Obwohl wir es eigentlich nicht brauchen, aber wir machen es halt trotzdem. Weil es ist da. Ich speichern mal wieder. Und da mache ich mal eine kurze Pause und bin gleich wieder da. So, da bin ich wie da. B zurück. Kann ich noch ein paar Punkte verteilen, wenn wir schon mal hier drin sind? Ach, ich muss erst mal wieder in das Spiel rein. So. Verplant ohne Ende. Das kann ich gut. Ah, da kann ich nicht. Okay. So, gespeichert haben wir. Dann können wir ja weiterlaufen. Schmeichler. Ist doch gar nicht verkehrt, wenn man so ein bisschen rumschmeichelt, oder? Äh! Was ist denn das für eine Sau? Entschuldigung, wenn ich so sage, aber was ist das für eine Sau? Okay. Äh. Also da darf man nicht so lange warten, hm? Hunderter-Kombo. Mache eine Hundert-Treffer-Kombo. Bonus. Weniger als 30 Sekunden meistern. Was? Oh Gott, 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 oh Gott. Ja, mach ich doch. Ich kämpfe doch. Ziehst du das denn nicht? onsb terr-neineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineinineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineine Ey, Luna, findest du das jetzt okay? Ich nicht so. Ich kriege Krämpfe im Daumen. Der rüpfst hier immer voll rum, ne? Keime nehmen. Erlösen. Runter, rauf. Danke. Willst du mich jetzt ablenken, Luna? Ich bin schon abgelenkt genug. Genau, leg dich hin. Katzen. Runter, rauf. Es könnte jetzt auch mal genug sein, ne? So, komm schon. Herausforderung geschafft. Dann fahren wir mal wieder hoch. Ach, ne, wir fahren auch weiter runter. Hä? Was hätte ich jetzt tun müssen? Hüpfen, runterspringen? Was hätte ich denn jetzt machen müssen? Ja, ich... Achso, ich hätte da rüber. Okay. Alles klar. Jetzt habe ich es gesehen. Passt... Esadores.